Borussia Dortmund – FC Bayern München 0 zu 1 – Bayern dank Kimmich vor erneuter Meisterschaft Der FC Bayern hat einen Riesenschritt zur 30. Meisterschaft gemacht. Die Münchner gewannen das Spitzenspiel vor leeren Rängen bei Borussia Dortmund dank eines Treffers von Joshua Kimmich mit 1 zu 0 – 1 zu 0 und bauten ihren Vorsprung auf den Verfolger nach dem 28. Spieltag auf sieben Punkte aus. Bei nur noch sechs Bundesligaspieltagen spricht fast alles für den ersten Titelgewinn unter Trainer Hansi Flick und die insgesamt achte Meisterschaft in Folge für den FCB. Wir müssen realistisch sein. Wenn nichts passiert, wird Bayern Meister, sagte Emre Can nach der Partie. Und Sky-Experte Lothar Matthäus erklärte, die Meisterschaft ist für mich entschieden. Die Bayern können den Champagner kaltstellen, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Das erwartete Offensivspektakel der beiden besten Angriffsreihen Bayern 80 Tore, BVB 74, blieb allerdings aus, weil beide Abwehrreihen einen starken Auftritt hinlegten. Matchwinner beim insgesamt 48. Bayern-Sieg im 102. Bundesligaspiel gegen den BVB war Joshua Kimmich, 43. mit einem herrlichen Lupfer aus 18 Metern über den verdutzten BVB-Keeper Roman Bürki hinweg. Das war schon relativ spontan. Wir wurden aber vorher darauf hingewiesen, dass Bürki immer relativ hoch steht, meinte der Nationalspieler. Entsprechend deutlich halte sein lautstarker Jubel nach dem Abpfiff von den menschenleeren Tribünen des Signal Iduna Parks zurück auf den Platz. Ja, komm jetzt! Ja! J-A-A-A-A-A-A, schrie Bayerns Bester und meinte hinterher lächelnd, ich muss sagen, ich persönlich habe mich schon sehr gefreut. Als ich mich so umgeguckt habe, war mir nicht sofort klar, ob jeder wusste, wie wichtig die drei Punkte waren. Jetzt haben wir ein gutes Polster. Für Dortmund wird es schwierig, da dran zu bleiben. Borussia Dortmund gegen Bayern München, die Reaktionen Hansi Flick, das hier und jetzt ist für mich wichtig und entscheidend. Wir wollten heute gewinnen, weil wir einen großen Schritt nach vorne machen wollten, das haben wir getan. Von daher war ich auch mit der Leistung sehr, sehr zufrieden. Wir waren konzentriert, mutig und hellwach. Manuel Neuer, es war natürlich ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wenn man auswärts in Dortmund spielt, ist man immer bis in die Haarspitzen motiviert und ich glaube, das hat man uns auch angemerkt. Zur Meisterschaft, es liegt an uns. Das war ein ganz wichtiges Zeichen und ein ganz wichtiger Sieg. Lucien Favre, ich finde, wir haben sehr gut angefangen. In der ersten Halbzeit haben wir dann teilweise zu tief gespielt, aber die zweite Halbzeit war gut. Es hat der vorletzte oder letzte Pass gefehlt. Aber es hätte auch unentschieden ausgehen können. Zur Meisterschaft, es wird natürlich sehr, sehr schwer. Sieben Punkte in sechs Spielen aufzuholen, ist brutal schwer. Borussia Dortmund gegen Bayern München, die Analyse. Favre wählte die mutige Variante und setzte bei seinem 3-4-3-System wie beim 2-0 in Wolfsburg im zentralen Mittelfeld neben Thomas Delaney zum dritten Mal in Folge auf Moda Hut. Die defensiv stärkeren Ken und Axel Witzel blieben zunächst auf der Bank. Dagegen spielte der zuletzt angeschlagene Hummels von Beginn an. Bei Bayern ersetzte Serge Gnabry gegenüber dem 5-2 gegen Frankfurt Ivan Perisic in der Startelf. Schon nach 29 Sekunden hatten die Gastgeber die Chance zur Führung, als Erling Haaland Neuer nach einem misslungenen Abwehrversuch tunnelte, Jérôme Boateng aber klären konnte. Danach dominierten jedoch die Münchner dank guten Pressings und aufmerksamer Zweikampfführung mehr und mehr die Partie. Zunächst klärte Lukas Piszczek Gnabrys Schuss von der Linie »19«, dann scheiterte Kingsley Komen an Bürki »24«. Ansonsten standen die Dortmunder, die sich teilweise tief fallen ließen, hinten jedoch stabil. Als daher die wenigen Zuschauer im Stadion und die Millionen Fans weltweit vor den Fernsehern mit einem 0 zu 0 zur Pause rechneten. Überlistete Kimmich den zu weit vor dem Tor stehenden Bürki mit einem herrlichen Lupfer aus 18 Metern zur Bayern-Führung. Den muss er natürlich zur Seite abwehren, meinte Lothar Matthäus in der Pause. Borussia Dortmund gegen Bayern München – Die Aufstellungen Borussia Dortmund – Bürki, Piszczek – 80. Götze, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney – 46. Ken, Dahoud – 85. Witzel, Guerrero, Brandt – 46. Sancho, Hazard, Haaland – 72. Reiner, Trainer, Favre. Bayern München – Neuer, Pavard, Boateng – 85. Hernández, Alaba, Davis, Kimmich, Goretzka, Gnabry – 87. Martínez, Müller, Komen – 73. Perisic, Lewandowski, Trainer, Flick. uchen Sie sie aus. Metern sie mit helmigsten, Jong tur schenken plus nach, mir geht es sich selbst in kontrollieren. SPD – muss sind sehr weit entfernt.